So viele Patienten fragen uns, was eine Ohrenvorlösung bedeutet. Die ganze handelt sich um die vier Implantate. Es ist eine Vorkieferversorgung und mit den vier Implantaten können wir dem Patienten einen fixeren Zahnersatz anbieten. Einerseits hat es den größten Vorteil, dass wir keinen Knochenaufbau brauchen und es verheilt sicherer und schneller. Statt den klassischen gerade eingesetzten Implantaten setzen wir die hintere Implantate schräg hinein. Deshalb können wir die anatomischen Strukturen wie zum Beispiel der Nasenebenhöhle vermeiden. Deshalb brauchen wir keinen Knochenaufbau. Persönlich bin ich überzeugt davon, dass es eine sichere, schnelle und eine gute Lösung ist.